So Leute, herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls V Skyrim. Wir sind nördlich von irgendeinem Gebirge und es schneit fürchterlich. Vor uns liegt Mortal irgendwo, aber ich will eigentlich da nicht hin, sondern irgendwas anderes noch entdecken hier. Und dann geht's sofort zurück zu Ranvikes Fasten. Da ist doch was. Eine Burg oder eine Burgruine oder irgend sowas. Wie man auf dem Radar sehr gut sieht. Vielleicht finden wir noch irgendwas lustiges zum Töten. Hier auf der Seite so ein paar Trolle oder ein Hirsch oder ein Kaninchen. Au. Oh nein, Fallschaden. Super, es ist Schnee und ich renne einfach... Oh, es ist kein Schnee. Ich nehm's sofort zurück. Und hier ist ein... Was ist das? Karniswurzel. Oh, eine Schlammkrabbe. Ach, jetzt hab ich einen Haltrand genommen. Mist. Stirb. Geh weg. Das Wasser flackert. Unangenehm. Äh, wo war denn jetzt die Burg? Da hinten. Oh, da ist auch ein Stein. Also so ein Findling. Den will ich auch entdecken. Ach, jetzt kommt auf einmal viel mal mehr. Festung Schneefalke. Ist da irgendwas Böses drin? Banditen oder so? Äh, ja. Ich geh mal weg. Ich will hier mal den Stein entdecken. Ich geh schon weg. Ich tue euch nix. Oh. Ne, Skelette. Okay. Du willst es ja nicht anders. Du Zauberer da oben. Ha, ha, ha. Dann lege ich... Lege ich erst. Hä? Was ist das? Ach so. Stirb. Ach, Mist. Los, fall runter. So, jetzt ist das die Fresse. Totenbeschwörer-Lehrling. Ihr habt es nicht anders gewollt. Papa ist da und der räumt auf. Quick Save. Oh, Todesglockenblumen. Wo seid ihr? Ach, da. Das bringt, glaube ich, nix. Hey, renn nicht weg, du Freigesag. Erstmal ausziehen. Hier oben sind viel wert. Ach, überall Totenbeschwörer. Und Skelette. Das sind keine Gegner. Oh, oh. Weißzapfen. Ach, was kommt? Stirb. So. Und du auch. Ich kann ja deine Knochen sehen. Du hast viel zu wenig gegessen. Oh, ein witziger Seelenstein. Ein Zauberbuch. Und eine Probe. Sehr gut. Ich trinke nochmal einen Halltrank dazu. Hier sind halt viele Totenbeschwörer. Oh, oh. Ist ja noch was. Wieso bin ich so langsam? Nicht eingefroren. Au, man steckt ja irgendwas quer im Magen. Wer schießt denn hier? Irgendein Skelett bestimmt. Ist aber keiner mehr da. Doch, da oben. Und Lydia kämpft gegen irgendwen. Die schießt. Ach, da. Stirb, Hexe. Hey, du Cheater. Ich will einfach heilen. Äh, Lydia? Ach, du lebst noch. So. Ich hättest endlich den Rand. Rolle des Feuersturms. Und Totenschwörer. Ich hab noch andere Rollen, die benutze ich mal. Einfach nur, um es zu zeigen. Rolle des Feuerballs nehme ich mal. Also, falls hier noch jemand ist, sonst pack ich sie wieder weg. Rollen sind einmal Zauber. Da ist noch ein Skelett. Und Rolle aktiviert. Und Feuer. Bäm. Und das Skelett ist völlig intakt. Feuerball, los. Pokéball, los. So, die Festung Schneefalke ist gereinigt. Jedenfalls von außen. Ob ich jetzt noch reingehen soll? Hm. Ach, warum nicht? So, ranwächst fasten können wir doch früh genug. Wollen wir auch mal was erleben. Oh. Gut gemacht, Lydia. Heidetrank und Knochenmehl. Und eine Rolle des Schutzzirkels. Hab ich ja nie gefunden. Da geht's raus nach Himmelsrand. Okay, und man hat uns entdeckt schon. Ich mach mal ein Quicksave. Nein. Oh, da ist eine Falle. Hm. Ich lauf nicht rein. Hallö? Oh, cool. Probe und Seelenstein. Sind hier tolle Bücher? Nee. Oh, oh. Ja, stirb. Äh, lauf nicht weg. Da. Boah. Hier gibt's all noch aufs Maul. Ach, jetzt bin ich wieder langsam, wenn man was quer im Magen steckt. Stirb. Bam. Bam. Huah. Oh, die werden ja immer mehr. Schon lang geschafft, Lydia. Ach, Hilfe, da kommt ja wieder jemand zurück. Oh, oh. Oh, oh. Puh, ich brauch einen Heiltrank. Unbedingt. Heieiei. Ich hab nicht mehr so viele. Oh, oh, oh. Ach, kann man jetzt. Äh, Heilemagie könnte. Oh, Alter, noch ein Pfeiler. Super. Ich hoffe, das war's erstmal, damit ich mich hier umsehen kann. Heute find ich ja noch was. Rolle der Sturm-Atronach-Beschwörung. Die rüste ich mal aus. Hört sich ganz lecker an. Oh, Lydia, da war ja was in deinem Kopf drin. Bestimmt wehgetan, oder? Oh, hier sind leckere Zutaten. Nehm ich mal eine mit. Oh, noch mehr Zutaten. Und ein abgenagter Kadaver. Yay. Ganz viele Roben. Ich geh mal hier an den Dings da. Hans-Alchemie-Labor. Und guck, ob ich irgendwelche Heiltränke zusammenbrauen kann. Mehr aber auch nicht. Gesundheit wieder herstellen. Blaue Bergblumen und Schmetterlingsflügel. Sehr gut. Herstellen. Wo ich ein paar winzig kleine Heiltränke. Na, aber besser als nix. So. Achso, ich hab ein Sturm-Atronach drauf. Knoblauch-Gold, Gold, Gold, Gold. Ich brauch keine Trommel. Nee. Nix tolles. Der Bär von Marka. Schnee, Beeren und Lavende. Käse. Hm, den schnabulier ich mal. Essen. So. Ein Arcana-Verzauberer. Oh, mein Magenknurr. Ich sollte vielleicht auch mal in Wirklichkeit was essen. Äh, Heiltrank. Juhu. Äh, nix, 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 nix. Quartierschlüssel von Festung Schneefalke. Brief des Totenbeschwörers. Nehmen wir nochmal. Meine Dame, wir haben die letzten Banditen aus der Festung Schneefalke vertrieben. Leider wurde der Nordturm beim letzten Ansturm schwer beschädigt. Doch die Reparaturen sind bereits in vollem Gange. Wie ihr vorausgesagt habt, sollte sich die Festung als idealer Ort für unsere Experimente erweisen. Zwar ist sie größtenteils verfallen, aber ihrer Nähe zur nördlichen Straße sollte dafür sorgen, dass wir bei einem steten Zustrom an Testobjekten verfügen. Oh. Wir hoffen innerhalb der nächsten Wochen vorläufige Ergebnisse präsentieren zu können. Das war alles. Ein Tanz im Feuer. Und ein Stufenaufgeag. Level 20. Yay. Neue Stufe. Gesundheit. Das war mir gerade etwas zu heikel. Ich würde ja gerne mal beim Blocken... Ne, kann ich gar nichts. Ja, ich block glaube ich zu wenig. Hm. Da sollte ich mal das... vorantreiben. So. Vielleicht schleiche ich auch mal hier durch. Oh, was ist das denn? Oh. Das wusste ich. Ich wollte es mir mal zeigen. Also ich wusste es wirklich. Und noch mehr Lavendel. Pilze. Ein Brot. Gibt mir jetzt doch mal ein bisschen mehr zu essen mit. Als so eine kleine Alternative zu heiltränken, obwohl es nicht so viel bringt. Ach. Hier sind wir jetzt. Ist überhaupt noch was übrig? Oh, da liegt noch was. Zauberbespruch. Kerzenschein. Aktivieren. Schalter. Oh, hier sind noch Zutaten getroffen. Das Elfendoor. Und ein Kaninchen. Mit rohem Fleisch. Hier ist ein Totenbeschwörer. Der hat Chitin und eine Robe dabei. Hier ist... Nix. Da ist leckeres, gekochtes... Fell. Ich glaube zwar immer noch, dass es eigentlich Fleisch sein soll, dass es falsch übersetzt ist, aber... Okay. Warum sollte denn jemand verkohltes Fell auf den Teller legen? Oh, ist eine Truhe. Adept. Nein. Nein. Ah. Ah. Aber die Richtung war schon gut. So. Und was ist drin? Gold. Magischer Trank. Gut. Ein schwarzer Seelenstein. Na, lieber Scholli. Hier sind irgendwelche zerflatterten Bücher. Und einen Kleiderschrank. Mit Stiefeln drin. Die sehen ja ganz hübsch aus. Äh... Hier liegt ein Aschehaufen. Nix Wichtiges. War's das? Na, hier geht's noch lang. Ist von der anderen Seite verriegelt. Wie komm ich denn da hin? War hier oben noch was? Naja, da. Ne, da ist noch Himmelsrand. Hier auch. Hm, geh mal hoch. Oh, wie schön. Hier ist ja... Ne super Aussicht. Aber ansonsten... Eher... Nix. Zumindest sind wir da draußen. Oh, ich... Naja, da springe ich immer nicht runter. So, wir in die Festung Schneefalke. Ich glaube, wir haben jetzt alles erforscht. Oder? Naja, wenn nicht, dann komme ich vielleicht später nochmal vorbei. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, falls ihr es gesehen habt und ich nicht. Jau. Äh, he, 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 he. Runter. Uah. Puh. Ich möchte immer noch einen Stein entdecken. Den Findling da hinten. Okay. Gehen wir mal durch die Bäume. Da hinten ist das... Ja, das ist Einsamkeit. Der Name ist ziemlich cool eigentlich. Wenn es noch ein Königreich war, war es das Königreich der Einsamkeit. Ist auch ein ziemlich klangvoller Name. Hm. Ach, hier ist der Stein. Brauchen wir mal speichern, falls da irgendwas Böses wartet. Ist öfters mal so. Ach, das ist nur ein Hirsch. Mal gucken. Ach, nee. Den kriege ich nicht. Sumpfpilzschote. Der Lehrlingsstein entdeckt. Oh, Nachtfalter. Ein Mondfalter. Aktivieren Lehrlingsstein. Nein, was macht der denn? Wer unter dem Zeichen des Lehrlings steht, stellt Magikar schneller wieder her. Ist aber anfälliger für Magikarschaden. Äh. Nö. Ich brauche keine Magikar. Und ich will auch nicht anfällig dagegen sein. Okay, war nix. So. Weiter geht's. Aber ich denke mal, langsam ist es Zeit, die Aufnahme zu beenden. Das mache ich dann auch jetzt. Und nächstes Mal gucken wir uns dann an, was da hinten ist. Bis dann. Tschüss. Au. Vielen Dank.